Der graubindige Moorenfalter, auch Waldteufel, Trockenrasenwaldmoor, Waldmoorenfalter oder einfach nur Moorenfalter genannt, ist ein Schmetterling aus der Familie der Edelfalter. Der graubindige Moorenfalter wurde vom Bund Nordrhein-Westfalen zum Schmetterling des Jahres 2003 gewählt. Merkmale Die Länge der Vorderflügeldiagonale variiert in den Alpen von 21 bis 26 mm. Die Größe der Falter korreliert mit der Höhe. Sie nimmt mit zunehmender Höhe über innen über die Grundfarbe der Vorderflügelober und Unterseite variiert von dunkelbraun bis schwarzbraun. Die rote Postdiskalbinde ist zwischen den Adern M2 und CU1 mehr oder weniger eingeschnürt. Die Oberseite der Hinterflügel entspricht der der Vorderflügel. Jedoch ist die rote Postdiskalbinde meist schmaler und zwischen den Augenflecken stärker eingeschnürt, im Extremfall durchgeschnürt und zu roten Flecken reduziert sein. Auf der Oberseite der Vorderflügel sind bei Männchen und Weibchen etwas unterschiedlich häufig meist drei große, schwarze bis schwarzblaue, meist auch weiß gekernte Augenflecke in den Zellen 5, 4 und 2 ausgebildet. Die Größe schwankt ebenfalls etwas in Abhängigkeit von der Region. Beim Männchen können weitere oft nur kleine Flecke in Zelle 3 sowie in Zelle 1a und Zelle 6 hinzukommen. Bei den Weibchen wird etwas häufiger als bei den Männchen der Fleck in Zelle 3 ausgebildet. Es können außerdem zwei weitere kleine Flecken in Zelle 1a vorhanden sein sowie ein weiterer Fleck in Zelle 6. Die Ausbildung und Anzahl der Augenflecke ist aber regional unterschiedlich. Auch auf den Hinterflügeln sind meist drei bis vier schwarze, weiß gekernte Augenflecke ausgebildet. Allerdings variiert auch hier Größe Anzahl und weiße Kernung erheblich. Die Hinterflügelunterseiten der Männchen sind dunkelrotbraun gefärbt und basalgelbbraun. Das Postdiskalband ist silbergrau und meist gut ausgeprägt. Es umschließt kleine weiße Punkte in M2 und Cu1, die gelegentlich schwarz umrandet sind. Gelegentlich sind die Binden aber auch erst bei geeignetem Lichteinfall zu erkennen. Die Hinterflügelunterseite der Weibchen ist noch variabler gefärbt. Prinzipiell lassen sich unterscheiden. Die gräuliche Basalregion, die braune bis dunkelbraune Diskalregion, die sehr variable Postdiskalregion und eine bräunliche Submarginalbinde. Die Färbung des Postdiskalbandes variiert von gelblich-gelblich-braun bis zu silbergrau und violett-grau. In dem Band befinden sich weiße Punkte, seltener auch weißgeerandete schwarze Punkte in unterschiedlicher Anzahl. Die Hinterflügelunterseiten des Weibchens sind bräunlich bis gelblich-braun, während das Postdiskalband lederfarben ist. Die Fransen sind bei den Weibchen dunkelbraun-weiß gescheckt, bei den Männchen eher einheitlich-grau. Das Sei ist in der Grundform oval, am oberen Ende schwach abgeplattet, unteren Ende etwas stärker abgeplattet. Die Oberfläche weiß 20 bis 28 Längsrippen auf. Das Sei ist kurze nach der Ablage gelblich-weiß, nach wenigen Tagen wird es hell-beige und es tritt eine dunkelbraune Punktierung auf. Die erwachsene Raupe ist gelb-braun gefärbt. Die dunkle Rückenlinie ist hell gesäumt, auf den ersten Segmenten schwach ausgebildet, erst auf den hinteren Segmenten deutlicher gezeichnet. Denn Nebenrückenlinien sind oft in Striche aufgelöst. Oberhalb der Seitenlinie, die oberhalb der Stigmen verläuft, können dunkelbraune keilförmige Flecke ausgebildet sein. Die keilförmigen Flecke sind aber nicht bei allen Raupen vorhanden. Die Fortsätze über dem After sind sehr kurz. Der Kopf ist braun gefärbt. Die längsten Haare der L4-Raupe messen 0,5 bis 0,6 mm. Die Puppe ist relativ kurz und gedrungen. Sie ist 12,5 bis 14,5 mm lang. Der Kopf, der Thorax und Flügelscheiden sind hell beige gefärbt. Der Hinterleib ist meist etwas dunkler. Der Hinterleib zeigt auf dem Rücken eine schwache Mittellinie und je zwei sehr schwache Nebenlinien, die der Rückenlinie, der Nebenrückenlinie und der Epistigmatalen der Raupen entsprechen. Die Stigmen sind hellbraun. Der Cremaster ist gerundet und ohne Borsten. Ähnliche Arten der graubindige Mohrenfalter kann sicher auch anhand von Abbildungen bestimmt werden. Die rot-gelbe Binde auf der Unterseite der Vorderflügel ist bei E. Äthiops gegen die Wurzelbasis deutlich begrenzt. Bei Erebie Ligi und Erebie Eure können sie dagegen gegen die Flügelbasis erweitert sein. Die Fransen sind bei E. Äthiops einfarbig-grau-braun, beim weißbindigen Mohrenfalter und beim weißbindigen Bergwald-Mohrenfalter dagegen schwarz-weiß geschickt. Die Flugzeiten des in gewissen Farbe- und Zeichnungsvariationen ebenfalls etwas ähnlichen Rundaugen-Mohrenfalters schließen sich quasi aus. Erebie Medusa fliegt im Mai und Juni, nur selten und abgeflogen auch noch Anfang Juli. Der graubindige Mohrenfalter dagegen von Ende Juli bis Mitte August, sehr selten auch schon Anfang Juli. Geografische Verbreitung und Lebensraum Der graubindige Mohrenfalter ist verbreitet in Schottland, lokal in Nordwestengland, in Frankreich im Zentralmassiv, den Sinvenen, im Hautland-Doc und im Zentralen Osten. Er kommt weiterhin vor von Belgien bis Lettland, in der Schweiz, auf dem Balkan und Nordgriechenland, in den Apuanischen Alpen und den Ligurischen bis Kotischen Alpen. Er ist nicht vertreten in Norddeutschland und Fino-Skandinavien. Im Osten zieht sich das Verbreitungsgebiet bis nach Sibirien und den Altai, im Süden bis in die Nord-Türkei und das Gaukasus-Gebiet. Zu den Lebensräumen des graubindigen Mohrenfalters zählen Waldränder und Lichtungen in Laubmischwäldern und angrenzende trockene oder feuchte Wiesen. Dazu gehören auch Goldistelwiesen und Hochstaudenfluren in Wiesentälern. Zu nennen sind auch Trockenhänge am Rande eichenreicher Wälder sowie Ränder und Lichtungen in Trockenwäldern. In den Alpen kommt er von etwa 600 Meter bis in über 2000 Meter Höhe vor. In Schottland kommt er von Meereshöhle bis etwa 500 Meter über innen vor. Lebensweise. Der graubindige Mohrenfalter bildet eine Generation, deren Falter von Ende Juli bis Mitte August, seltener auch bis Anfang September fliegen. In tieferen Lagen sind die Falter eher in den Morgenstunden aktiv und besuchen Blüten. Die heißeste Zeit des Tages verbringen sie rund im Schatten. Zu den Nektarpflanzen des Falters zählen Silberdistel, Waldwitwenblume, Ackerwitwenblume, Taubenskabiöse, Dorstwiesenflockenblume, Ackerkatzdistel, Stängelosekatzdistel und Nickendedistel. Die Eier werden einzeln an Gräser geklebt. In der Zucht wurde beobachtet, dass die Eihäubchen nach 15 Tagen geschlüpft sind. Andere Quellen geben die Zeit von Eiablage bis zum Schlupf mit 10 bis 14 Tage an. Die Raupen fressen an folgenden Gräsern. Blaues Pfeifengras, Moorblaugrass, Horstsäge, Braunsäge, Rostsäge, aufrechte Trespe, Fiederzänke, Landreitgras, gewöhnliches Knäuelgras, echter Schafschwingel, gewöhnlicher Rotschwingel, schneeweiße Heinzimse, gewöhnliches Rispengras, gewöhnliches Ruchgras, gemeines Zittergras. Die Raupe überwintert im ersten oder zweiten Stadium. Es können vier oder fünf Stadien ausgebildet werden. Meist sind es vier Stadien. Die ersten beiden Stadien fressen gewöhnlich am Tag die folgenden Stadien, meist in der Dämmerung bis Mitternacht. Die Verpuppung erfolgt im Frühjahr. Unter Zuchtbedingungen fertigte die verpuppungsbereite Raupe aus Spinnfäden und Pflanzenteilen eine Kammer. Gefährdung, rote Liste BRD, Stufe 3, Taxonomie. Die Variabilität von Grundfarbe und Zeichnung, vor allem auch Anzahl und Ausbildung von Augenflecken und die unterschiedliche Färbung und Zeichnung der Hinterflügelunterseiten sowie die unterschiedliche Größe der Falter führte zur Benennung zahlreicher Unterarten, Varietäten und Appellrationen. Die Merkmalskombinationen treten jedoch selten konstant in einer regional begrenzten Population auf, sodass die Grundlage für die Benennung von Unterarten meist nicht gegeben ist. Das Taxon Erebiere Äthiops wird derzeit in etwa drei Unterarten unterteilt. Eine durchgreifende Revision des Taxons liegt bisher nicht vor. Erebiere Äthiops Seine eigenen Unterarten stellen Erebiere Äthiopsa Paudia Frustorfer 1917 vom Saleve, südlich des Genfersees und Erebiere Äthiops Altevege Frustorfer 1917 dar. Sonderreger fand keine konstanten Unterschiede zu anderen Populationen, die früher auch als Unterarten aufgefassten Taxa Kaledonia Ferti 1911 und Nigra Mausli 1910 werden heute lediglich als Formvariationen betrachtet. Infraschub spezifisch sind Erebiere Äthiopsa Paudia Großchein 1998 Uralgebirge Erebier Äthiops ab Depopilaterstein 1918 Erebier Äthiops ab Flaviszenstut 1896 Erebier Äthiops ab Freiriobertür 1911 Erebier Äthiops ab Hygneri-Obertür 1912 Erebier Äthiops ab Infaschattaburen 1936 Erebier Äthiops ab Nigravila 1903 Erebier Äthiops ab Strikta Wieler 1903 Erebier Äthiops ab Weileise Wieler 1903 Erebier Äthiops ab Sapaudia Frusthofer 1917 Erebier Äthiops ab Perfusa Eisner 1946 Erebier Äthiops ab